Die Materialien sind sehr gut und der Aufbau ist sehr durchdacht. Ich habe Insta-Bild im Februar kennengelernt und war sehr überrascht von der schönen Qualität, von der massiven Bauweise und von den schönen Layouts. Es ist sehr clever aufgebaut und die Verarbeitung ist einfach tiptop. Ich bin heute hier angekommen, um das Haus abzunehmen und ich bin total geflasht. Ich bin so happy, ich habe mir die Dimensionen so nicht vorgestellt und ich habe ein paar extra Wünsche gehabt, auf die ist 100% eingegangen worden und das hat mich, ja ich kriege Gänsehaut, also es ist einfach toll. Aufgrund der guten Dämmung und der tollen Baustoffe, die hier verwendet werden, spielt es der Infrarotheizung unheimlich in die Karten. Ich werde in meinem Haus Infrarotheizungen einsetzen und ich brauche dazu die geringste Menge an Energie, sodass mein Haus sehr, sehr sparsam ist. Dann kommt eine PV-Anlage aufs Dach, sodass ich im Moment davon ausgehe, dass ich ein Plus-Energiehaus habe, das einfach perfekt in diese Zeit passt. Ich brauche wenig Energie, die ich noch dazu selber generieren kann auf meinem eigenen Haus und das alles in einer Top-Qualität passt für mich, passt Preis, Leistung, alles Qualität, passt perfekt.